Hallo Leute! Da sind wir wieder! Jetzt auf dem Planeten Tatooine! Wie gesagt, ich ziehe einmal komplett durch die Aufnahme. Und... Ja, ich bin jetzt mal überlegen, welchen Blaster denn war? Nehm ich ein bisschen Raintrump hier? Das finde ich auch in dem Map. Was machen wir hier? Körks sind okay, es gibt noch bessere, aber... Komm doch, komm! Äh... Ich brauche natürlich nicht bei unserem Plan, aber ich muss ihn später haben. Ähm... Genau! Ganz nett hier, die Map. Also am Anfang ziemlich offen, später auch noch offen, aber mit Schleichwegen. Und das ist halt ganz cool immer. So wie... Halt auf der Planet aufgebaut wird. Also generell die Bewohner da leben. So schön unteredisch und sowas. Das finde ich ganz cool gemacht. Also... Am Anfang wie Heikel. Ach genau! Nach jedem Match... Ähm... Oh, da hab ich gesagt okay. Nach jedem Match... Ähm... Werden... Äh... Zwitscht man automatisch die Seite. Falls man keinen Bock auf GPL hat, sagt... Wenn man auch spielt, dann ist man auf der nächsten Match halt. Ähm... Ja... Imperium. Und wie ihr gewinnt habt, ist es gut machbar ähm... Ähm... Zu gewinnen mittlerweile. Also... Es ist jetzt nicht mal so einfach so gesagt. Das ist einfach... Alles zu stimmt. Weil viele Leute eigentlich mal... Komm, hol dir! Hol dir! Genau! Mir war es jetzt gerade egal, ob wir den kriegen oder nicht. Sollte ich vielleicht... Ja... Aber ich muss auf jeden Fall hier die andere Hand nehmen. Weil wie ihr seht, hier ist alles ziemlich zerkliftet so. Und wenn man dann... Ah! Han Solo! Han Solo! Han Solo! Oh! Na egal! Kann ich wenigstens die Hand wegnehmen? Hände! Granatenhände! Ich finde das auch generell grafisch nötig! Ähm... Also... Grafiken! Ja klar habe ich schon mal... Wetter angefregen! Das ist halt mega nice! Ich finde es richtig schön hier! Aber wenn auch viel... Viel besser ist... Ähm... Dass die Atmosphäre hier... So richtig nice work! Also... Ne Star Wars? Toll! Okay! Ne? Aber... Wie dir das runtergebracht? Deswegen spielst du gerne im First Person? Muss ich dazu sagen? Man kann ja auch hier... Ne? Schön Third Person machen... Und die Ecken rufen und so... Aber... Das nimmt mir die... Das ist ein bisschen das Feeling rum. Deswegen äh... Spielst du gerne so... Jetzt möchte ich mich gerne... Alternativen... Ich müsste da rüber kommen... So... Geht das jetzt mal drauf? Danke! Natürlich nur Pillefisch... Immer so... Halbüffel drüben! Kommt noch eine Nade! Leute, warum tun die von links? Es ist bestimmt wieder so ein Pre-Mate Zeugs hier drin! Muss man nämlich sagen... Wenn du als Pre-Mate hier... Als Freier-Truppe so rumläufst... Einfach der Damage-Fokus und so ist schon... Zu krass! Ich meine... Viele reagieren ja jetzt... Voll spät! Warum würde ich jetzt hier... Das meint... Sind ja komplett links... Gut, dass der AT-AT jetzt den... Obitel-Striker hier geklopft hat... Ich kann auch noch einen... Strike hinkloppen! Das werde ich auch sofort machen, Leute! Kommt noch runter? Weil ich block... Nein, es kommt runter... Nein... Ich glaube ich habe... Ich habe etwas getroffen, aber nicht getötet... Schade! Es ist ziemlich hart hier auf der Map... Also es gibt eins... Der ist hervorgeschoben... Den habt ihr schon gesehen... Der ist ziemlich leicht zu... Ähm... Ich weiß nicht, wie er unterwegs ist... Wie er unterwegs ist... Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt... Ah, jetzt verstecken wir uns wieder. Oh mein Gott, ich bin so ne richtige Pussy. Aber wir machen ja gut Käse gerade, Leute. Skywalk. Loll! Der läuft ja noch weiter außen rum, als ich gedacht hab. Aber man kann wohl noch weiter außen rum laufen. Das ist mies, sag ich mal. Und tschüss. Ja, jetzt haben die Ablings sich natürlich schon verschoben. Aber macht gar nichts. Außer dass unser erster AT-AT schon fast tot ist. Die X-Wing trifft noch ab. Bloß wir keine Punkte schicken. Laut unserer Scanner haben die Rebellen eine Uplinkstation aktiviert. Die gucken hier links auch noch was. Manchmal sieht man das auf der Map sehr gut, wenn klar. Ah, Skywalker. Was ich wirklich cool gemacht hab finde, ist halt, dass die Helden kein Leben mehr verlieren. Dafür halt ein bisschen auffassen müssen. Also zum Beispiel der Skywalk hat die Möglichkeit mit Rechtsklick Schütze abzuwehren. Und das ist mega nice gemacht. Also ich hab mal einen richtig schönen... Also mit einem Jack-Pack hätte ich das jetzt gekriegt. Aber, ne? Aber egal. Auf jeden Fall kann man mit Rechtsklick richtig schön die Schütze abzuwehren. Natürlich, Raketen und sowas nicht. Ist ja logisch. Ah, Währung bitte. Plenplen. So, aber so kann man dann, sag ich mal, ein bisschen länger überleben. Ähm, und reist länger, ne? Wenn man die ganze Zeit nicht kämpft, dann kann man die ganze Zeit überleben. So ist das nicht, aber... Klick deaktiviert. Verhindert jegliche Reaktivierungsversuche. Aber ich würd das richtig cool gemacht. Also dass man jetzt... So endlich lebt, da ich mit Angst wie ich spreche. Aber ich muss dazu sagen, Ich spiele lieber, also... Also von der guten Seite. Es gibt ja Luke Skywalker, Han Solo und Prinzessin Lea. Und... Naja... Prinzessin Lea ist da meine Favoritenwahl. Einfach weil sie... Ähm... Coole Fertigkeit hat. Also einmal hat sie einen One-Shot. Also überlebt sie ihren Blaster. Und wenn man trifft, dann ist er tot. Ist halt cool. Und dann kann sie ein Schild ausbauen. So ein Truppenschild. Der ist halt aufmächtig geil. Und das Beste, was mir echt das Beste an ihr gefällt, ist... Ähm... Wie nennt sich das? Ja genau, Power-Ups. Jetzt hat mich gerade der Luke Skywalker ein bisschen aus dem Dinges gemacht. Und aus dem Konzept. Ja auf jeden Fall finde ich das cool, dass sie dann so Power-Ups-Problem zu geben kann. Das ist halt so wirklich Team-Problem hier. Das finde ich cool. Han Solo ist dann... Ich bin ja der Solo-Spieler, hä? Hehehehe. Aber... Nehmisch recht spiel ich den aber nicht. Ich weiß nicht, der fällt mir nicht von... Er kann... ...schargen. Was? Ey, die nebenan immer raus! Ähhhh... Der erste wird gleich kaputt gehen. Naja, schiebt doch jemand mit dem Kerrk. Nehmun. Jetzt zeig ich euch mal ein bisschen mal die Tunnel, also es gibt hier immer so kleine Tunnelsysteme, das sehen ich eigentlich nicht. Jetzt gleich wird es noch verbübler, weil... Seit dann kommen wir gleich zu dem Brunnengebiet von den Anwohnern hier. Und da sind dann natürlich in den Häusern noch unterirdische Gänger und so. Völlig cool. Das wird natürlich sehr viel gehalten, damit Leute das auch richtig verstehen und wissen, wo sie hin müssen. Aber ich finde es cool. Ja, 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 wir gehen jetzt hier rein und schwupps. So richtig nice gemacht der Tunnel. Dann kommen wir zu einem Notenpunkt halt hier. Geht kaputt? Kann ich mir kaputt gehen, bevor ich kaputt gehe? Ah, Level 13 erreicht! Das heißt zu uns, dass wir uns gleich einen Lastpack holen gehen. Definitiv, außer ich habe kein Geld dafür. Könnte natürlich auch was. Weil ich habe ziemlich viele Sachen gekauft, einfach so. Ich dachte, das reicht vom Geld her, aber... Ah, da ist der Imperator! Genau, ich habe jetzt von den guten Seiten gesprochen. Weiß mit dem Bösen, ne? Ähm... Ähm... Von dem Bösen, natürlich der Imperator ist sowas... Das Gegenstück vom Prinzessin Leher. Und ähm... Ein Mensch... Gibt's mit dem? Noch jetzt kriegst du denn? Ähm... 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 Auf jeden Fall... Ja, ähm... Darth Vader ist natürlich gegenstück für Luke Skywalker und... Ja... Dann gibt's nur Boba Fett ist das gegenstück für Han Solo. Ähm... Obwohl Boba Fett mir auch persönlich mehr gefällt, weil er halt ein Jackpack hat und... Kann ja so richtig geil fliegen und sowas. Halt, macht doch Spaß. Vorfekt zu spielen. Hat ja auch bei Flamme erfahren. Ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die einen Char ausmachen wirklich. Also Halt, Solo ist nichts für mich. Macht mir keinen Spaß. Erstens, weil... Der halt komisch zu spielen ist, er hat einen Ansturm an, ne? So Charged. So halt ganz cool, dann ein bisschen schneller und so, aber... Endeffekt... Näh... Jetzt soll er übern... Zack... Und hier hoch... Und da ist der Prozess leer... Er soll für Daniel kaputt machen? Ja... Und wir sind leer, dauert zu lange. Bis jetzt sieht's doch gut aus. Wir haben einen Y-Wing. Nicht ganz okay. Aber wir haben auch wieder die Spieler in der Luft. Ja... Ich vertue mich immer wieder. Ich hasse das Abgeschirmte. Ja... 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 Ich dachte, ich wäre gerade von da oben, von irgendwas von da oben getötet worden. Ja... Ja... Das sah jetzt aus. Okay, das sieht immer noch so aus. Wie komisch der hier durchläuft... Haha... Aber egal... Naja... Aber das Spiel an sich macht mega Spaß. Und ich würde die Detailverliebtheit hier auch richtig geil... Mit der richtigen Waffe habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht die hier, die ist ganz okay. Naja... Weil hier ist der Hangar, wo die mit abhauen wollen. Ich gucke, wo mein Partner ist. Ah, das ist hier nicht halber. Müssen wir mal da runter. Müssen wir irgendwie den ablegen. Das stimmt. Hat er mich umgelegt? Ja, er hat mich umgelegt. Ich hätte auch eh tot. Aber ich hab's umgelegt. Ich sterbe gerade hier im Takt. 17, 13. Hallo komischer Hattie. Sacktopp. Diesmal nicht. Diesmal hau ich zurück. Die Rebellen-Prinzessin macht sich ja keinen Ärger mehr. Ich hab jetzt wieder eh getrunken. Das ist jetzt ein Gewohnheit. Eigentlich drück ich immer eh zum Ploppen. Jetzt hab ich's geändert. Jetzt höre ich ganze Zeit eh zum Aktivieren. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ja, vielleicht kriegen wir noch einen Held. Heldie, Heldie, Heldie. Komm schon, gib mir den Held. Wenigstens für ein paar Sekunden, sorry. Ja, wir nehmen... Oberfett ist cool. Ja, ich hab nur Oberfett. Geht mir aus dem Weg. Oberfett! Okay. Okay. Damit konnte man nicht so wirklich was noch reißen. Es war auch viel zu spät. Hätte ich mal früher sowas gekriegt. So ein Held. Egal, damit ist die zweite Runde vorbei. Wir gehen einmal komplett walk-as-road durch. Jetzt kommen noch zwei weitere Maps. Ich denke mal, ich werde dann jeden Tag da eine von rausbringen. Wollte ja erst an zwei Tage was machen. Aber ich glaube, da mache ich jeden Tag eine. Und ja, dann würde ich sagen... Ihr könnt euch das jetzt mal angucken, wie ich schon XP kriege. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Nein, ich sage mal. Kommt, komm, komm! Ich schau mal! Ja, ich sage mal, ich sage mal. Danke, mach!